In jeder unserer Partnerschaften, wir haben in der Zwischenzeit 30 Sponsoren und 30 Partner, ist es nicht mehr so, dass wir Brust und Keule verkaufen, also ich sage einmal Brustaufschrift, Bandenaufschrift, sondern im Wesentlichen den Inhalt, den Content, dass wir unsere Fans als Potenzial möglich erkunden, egal zu welcher Dienstleistung betrachten. Dass wir unsere Fans als Potenzial möglich erkunden, egal zu welcher Dienstleistung betrachten. Das Ziel von Tipp 3 liegt in der Förderung der Fan-Club-Konzepte. Tipp 3 sponsert ja nicht die Mannschaften selbst, sondern eben die Fan-Clubs unterstützte Fan-Club-Arbeit der Vereine. Da ist Rapid natürlich erste Adresse, das ist gar keine Frage mehr, 300.000, 400.000 zum Partizanten in ganz Österreich. Wir unterstützen also die Fan-Club-Konzepte in Richtung Fan-Karten, Fan-Treffen, interaktiver Austausch mit den Fans bis zur Auswärtsfahrt in gärtigen Dingen. Es geht um den Fan-Betrieb, es geht um die Interaktion zwischen Mannschaft und der Vereinsleitung und den Fans natürlich auch. Und es geht darum, eben die Fans auf den Fußballplatz zu bringen, für den Fußball zu interessieren und damit natürlich auch für Sportwerke. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Schicksalat im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Auch ich denke an die Zukunft meiner Familie. Mit der Rapid-Versorge bin ich schon ab 25 Euro im Monat dabei und habe für meine Familie und für Rapid vorgesagt. Rapid hat ein neues Produkt. Hiermit helfe ich dem Verein und schaue gleichzeitig auf meine Zukunft. Ich habe sie schon. Die Rapid-Versorge mit der staatlichen Förderung ist sicher eine ganz tolle Sache. Auch ich hole sie mir für eine grüne Zukunft. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich eine Pensionsvorsorge habe. Bis jetzt habe ich noch keine. Aber die neue, you'll never walk alone Rapid-Vorsorge, die schließe ich jetzt ab. Für Rapid und für mich. Nur für Rapid-Versorge. You'll never walk alone. Alone, you'll never walk alone. Alone. Ich werde die Musik dringend. Danke. Hier wird SAP. астee. Musik